Schön, dass du dabei bist bei diesem Video. Wie du vielleicht weißt, habe ich mega viele Kurse auf WebsitePiloten.de und wie ich diese Kurse mit Digistore24 baue und mit Clicktip zusammen und mit Digimember und die Mitgliederbereiche baue, das zeige ich dir in meiner neuen Digistore24 Reihe. Und du bist genau in einem dieser Videos gelandet. Aber in diesem Video wollen wir jetzt folgendes machen. Wir wollen ein Produkt von Digistore, wollen wir sozusagen in den Store reinbekommen von Digistore. Und zwar geht es hier um diesen Kurs, wo ich jetzt die Genehmigung beantragen möchte. Und weil viele damit Probleme haben, also mit dieser Produktgenehmigung, möchte ich hier meine Erfahrung mit dir teilen, die ich gemacht habe für meine Kurse, für meine Online-Marketing-Kurse, wie zum Beispiel meinen Google-Ads-Kurs, meinen Facebook-Kurs. Da habe ich damit natürlich auch rumgekämpft hier. Und weil ich nicht möchte, dass du damit Probleme hast und schon mal, sag ich mal, so einen kleinen Kick-Off hast und dein Produkt gleich beim ersten Mal approved wird, also bestätigt wird vom Digistore24 Marktplatz, möchte ich nochmal alles mit dir hier durchgehen. Außerdem hatte ich beim letzten Mal das Problem, dass ich keinen Testkauf mehr durchführen konnte. Das hatte ich in einem anderen Video. Immer wenn ich hier auf diesen Warenkorb geklickt habe, kam, dass das Produkt nicht verfügbar ist. Was ich einfach gemacht habe, ist, dass ich hier auf Produkt duplizieren gegangen bin. Und beim neuen Produkt, was ja sozusagen ein unmittelbarer Klon des Produktes ist, hat es dann funktioniert. Also bei diesem Produkt hier würde es dann wieder funktionieren. Ich weiß nicht, woran das lag, aber das ist der kleine Hack, wie man bei neuen Produkten, die man sozusagen nicht kaufen kann durch diesen Warenkorb-Button, wie man die sozusagen wieder zum Testkauf verfügbar macht. Ich brauche jetzt dieses Produkt nicht, also werde ich es jetzt hier an dieser Stelle löschen und werde nur heute für dieses Produkt hier vor deinen Augen sozusagen diese ganzen Dinge hier prüfen, die hier stehen und dir dazu Tipps geben. Und jetzt geht's los. Ja, also als erstes muss man hier einen Testkauf machen. Das wollen wir jetzt mal ganz kurz machen. Und damit ich das so abhaken kann wie jetzt, dafür gehe ich sozusagen hier auf meinen Warenkorb, ja, und öffne diesen Warenkorb für dieses Produkt. Die ganzen anderen Testprodukte kann ich eigentlich raushauen, damit das Ganze hier übersichtlich bleibt. Ähm, ja genau, weil wir werden ja hier viel rum experimentieren jetzt in diesem Moment und hier unter Genehmigung beantragen. Hier werden wir dann immer wieder diese Übersicht hier bekommen. Jetzt ein Testkauf. An dieser Stelle machen wir hier über diesen Warenkorb und habe jetzt sozusagen hier mein Formular, dass ich mir den Produkteinstellungen sozusagen anpassen kann. Und was jetzt ganz wichtig ist, dass ich sozusagen hier diesen Newsletter bestätigen muss, damit ich den Testkauf für den Newsletter mache. Das gehe ich übrigens in meinem Klick-Tipp-Tutorial aus dieser Reihe hier durch. Und ich mache immer Verkäufe über sozusagen Test-E-Mail-Adressen. Und zwar lege ich die nicht extra an, sondern ich nehme immer eine Gmail-Adresse. Du kannst, egal welche Gmail-Adresse du registriert hast, oh, Zungenbrecher, unter accounts.gmail.com müsste das eigentlich gehen oder accounts.google.com. Ähm, musst du mal schauen. Genau, hier kann man, glaube ich, einen neuen Account machen, wenn man jetzt nicht angemeldet ist. Ähm, hier kann ich auf Sign-In gehen oder mir ein Konto machen, hier erstellen, genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier Test-Bla nehme, ja, at gmail.com kaufe, oder zum Beispiel Max Mustermann, gehen wir mal davon aus, dass das hier frei ist, dann kannst du sozusagen, wenn du diese Adresse testest, also sagen wir mal, ich habe die registriert hier, dann kannst du auch diese Adresse hier nehmen und die werden bei Max Mustermann ... ankommen. Also, du kannst dann diese hier nehmen, Max Mustermann plus Test. Die wird bei ... diese Adresse wird auch bei dieser Adresse hier ankommen. Du kannst immer mit einem Plus hier irgendwas dahinter schreiben. Zum Beispiel ist meine Tutorial at dieberater.de Adresse ist eine Gmail-Adresse. Und ich kann hier also alles dahinter schreiben, und zwar plus Test 2.1, zum Beispiel für Test 2.1. Das ist meine nächste Testrunde hier, Testrunde 2. Ähm, ich gehe auf Testzahlung, und du wirst sehen, ich kriege diese E-Mail an Tutorial at dieberater, weil alles, was hinter dem Plus steht, ist nur für mich intern. Ich gehe also hier auf Gmail, zack, und sehe, dass ich jetzt sozusagen testen kann. Und wenn ich ganz viele Testkäufe mache, dann weiß ich, wenn ich hier draufgehe, anhand des Empfängers, der hier direkt angezeigt wird, dass das meine Testrunde 2.1 ist. Und dass ich jetzt sozusagen hier meine Zugangsdaten bekommen habe. Und was ganz wichtig ist, bevor ich diesen Testkopf hier abschließe, ist, dass ich mich mit diesen Daten hier auch anmelden kann, auf meiner Website, über einen Login-Link, ja, der für jeden verfügbar ist, also unter Anmelden hier, dass sozusagen diese Sachen hier funktionieren, dass diese E-Mail-Adresse Tutorial plus Test21 Tutorial plus Test21 at dieberater.de. Und was ich immer mache, ist, dass ich pro Produkt, das ich habe, auch noch so eine, ich weiß, hier ist ein kleiner Fehler, dass ich dann sozusagen hier noch eine, einen Testkauf mache immer mit zum Beispiel einer, ja, dass ich hier das Produkt reinschreibe, und dann habe ich pro Produkt ein E-Mail-Account, damit ich gucken kann, ob eben, ähm, ob eben die, die Produktinhalte richtig zugeordnet sind und ich sozusagen als Produktkäufer von Produkt A die richtigen Inhalte für Produkt A sehe und für Produktkäufer Tutorial plus Produkt B die Produkte von Produkt B sehe, sozusagen, dass ich für jeden, ähm, für jedes Produkt einen Zugang habe mit der gleichen E-Mail-Adresse, aber WordPress erkennt sozusagen das Ganze, also plus Test21 als andere E-Mail-Adresse als Produkt 22, ja, also Test21, ich meine, Tutorial plus Produkt A ist was anderes im WordPress als eine andere Anmeldung als Tutorial plus Produkt B. Okay, Entschuldigung, ist sehr schwierig zu erklären manchmal. So, ähm, ich bin jetzt hier schon angemeldet und ich habe jetzt hier meine Kursseite willkommen. So, und hier die Verkaufsseite brauche ich jetzt nicht mehr, also dieses hier ist jetzt meine Kursseite. Und es ist wichtig, dass ich die sehe, weil wenn ich mich auslogge, dann dürfte ich die nämlich nicht mehr sehen. Wenn ich hier draufgehe, dann sehe ich, die Kursseite willkommen ist nicht mehr da. Das ist sozusagen die Kursseite. Und das war schon mal der Test, ob sozusagen ein, ein Zugang angelegt wird in meinem WordPress. Wenn du was anderes benutzt als WordPress, zum Beispiel Couchy gibt es, glaube ich, noch, ähm, dann ist das auch cool. Die zweite Sache ist wichtig, dass zum Beispiel bei Digistore24, dass hier eine E-Mail ankommt bei dir, bei der Test-E-Mail-Adresse, mit der Rechnung drin. Das wollen natürlich viele Leute haben. Hier, diese Rechnung. Die Rechnung ist wichtig. Ähm, genau. Die kann man jetzt hier noch weiter ausfüllen. Und dann, dass sozusagen diese E-Mail mit der Rechnung, mit der Bestell, äh, Bestätigung, dass die ankommt, ja. Das ist die zweite Sache. Und wenn ich das habe und alles richtig eingerichtet ist und sozusagen auch diese Danke-Seite hier korrekt eingerichtet ist, das ist nämlich gleich ein zweiter Punkt. Wenn ich diese Danke-Seite eingerichtet habe, guck einfach in dem Video, wo ich das Produkt hier einrichte. Da mache ich auch die Danke-Seite. Da lege ich die auch an. Dann kann ich hier drauf gehen und schon mal das hier, den Testkauf, abhaken. Und ich kann die Danke-Seite hier. Abbuchung erfolgt durch Digistore24. Das ist ganz wichtig. Zack. Steht genauso drauf. Solltest du genauso drauf schreiben, dass die das auch finden. Wie bekommt der Käufer seinen Kurs? Du bekommst den Zugang zu unserer Plattform per E-Mail geschickt. Bei Downloads habe ich nicht. Habe ich einen Download-Test gemacht. Da solltest du natürlich extra einen Download-Test machen, ob man dein Infoprodukt downloaden kann, wenn du es zur Verfügung stellst. Die Seite ist nicht passwortgeschützt. Hier habe ich folgenden Trick. Ich gehe auf diese Danke-Seite, kopiere sie, gehe auf Inkognito-Fenster und füge das im Inkognito-Fenster hier ein und sehe, auch wenn ich nicht angemeldet bin, auch wenn ich sozusagen nicht in dem WordPress angemeldet war oder irgendein HD-Access-Passwort eingegeben habe, ich kann es trotzdem öffnen. Und was auch wichtig ist, dass die Verkaufsseite erreichbar ist, die ich eingetragen habe. Dafür gehe ich zurück aufs Produkt. und gehe mal hier auf Verkaufsseite oder Danke-Seite, die kann ich hier angucken oder ich gehe mal hier drauf und dann habe ich hier die Verkaufsseite und hier zum Beispiel sehe ich noch etwas, was ich unbedingt korrigieren möchte, dass hier die richtige URL genommen wird und nicht meine Übergangs-URL, dass hier Local Funnel steht. Und jetzt kommt natürlich auch für die Verkaufsseite hier mein Test. Ich gebe also das hier ein und sehe, die Verkaufsseite geht und ich gebe das hier ein und die Danke-Seite geht. Was jetzt mega wichtig ist und dafür gehe ich mal hier auf Speichern, ist, dass Digistore eben sieht, und das ist auch ein Punkt auf der Liste, dass die Verkaufsseite vollständig ist. Ich gehe also auf Produkte und habe hier mal meinen Einkaufswagen-Link oder ich gehe auf Produkt bearbeiten und dann auf Links. Und hier sind sehr wichtige Links. Einmal kannst du hier deine Affiliates einladen, das ist natürlich wichtig, dass Leute eine Provision bekommen und, ja, dass die extrinsische Motivation haben, dein Produkt zu verkaufen. Und die zweite Sache ist der Link zum Bestellformular. Den kann ich hier direkt über diesen Link öffnen, in meine Zwischenablage kopieren oder hier draufklicken und dann auf Kopieren gehen, wie auch immer du das tust. Du gehst auf deine Verkaufsseite und das ist jetzt wichtig. Erst melde ich mich natürlich hier an und hier habe ich sozusagen, ah, das muss ich nochmal fixen irgendwann, diesen CSS-Fehler, den ich da habe. Den habe ich schon voll oft gehabt bei Digimemberts mit Impreza. Und hier muss auf jeden Fall ein Button hin. Dafür gehe ich meinen Backend-Editor, gehe auf Plus, ist jetzt Impresa, das kannst du natürlich mit jeder Website machen und dann Local Funnel Kurs kaufen. Und hier kommt jetzt, wie gesagt, dieser Link rein, der hier, der kommt hier rein. Und letztes Mal wurde mein Produkt abgelehnt, weil, glaube ich, dieser Button nicht da war. Ich hatte schon mal so eine Ablehnungs-E-Mail, da stand Produktverkaufsseite nicht vollständig. Was hier auch so ein bisschen fehlt, ist ein Cover-Bild. Wenn die also das nochmal ablehnen, dann würde ich auf jeden Fall ein Cover-Bild reintun. Ja. Aber was hier auch so ein bisschen fehlt, ist natürlich ein Bild. Es kann halt auch voll gut sein und dafür gehe ich mal auf unsplash.com, dass ich eben irgendein cooles Cover-Bild auch brauche. Aber, ähm, Advertisement, ja, Advertisement ist vielleicht auch ganz cool. Äh, da, 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 Marketing. Dass ich hier sozusagen ein cooles Bild habe, dass diese Verkaufsseite lebendiger aussieht. Weil hier guckt jemand von dem Digistore24 Team drauf. Und die sind ja nicht komplett doof. Ähm, die sind überhaupt nicht doof. Die sind ziemlich clever. Die sehen so viele Seiten am Tag. Und wenn die sagen, dass deine Produktseite zu unprofessionell aussieht und man nicht erkennen kann, worum es geht in deinem Kurs, dann ist es eben ein kleines Problem. Ich kann mal noch die Zeilen hier vielleicht vertauschen. Ähm, hier kann ich zum Beispiel nochmal sagen, ich möchte das Ganze mit einem Schatten. Oder kann ich das auch rund machen? Ich möchte es auf jeden Fall ein bisschen kleiner irgendwie haben. Ähm, und vielleicht sollte ich das Bild, das mache ich jetzt ja quadratisch, deswegen mache ich das mal ein bisschen kleiner. Das Bild möchte ich wahrscheinlich auch verlinken auf die gleiche URL. Da muss ich natürlich dran denken, wenn ich die Verkaufsseite für ein anderes Produkt kopiere, dass ich dann das sozusagen, diesen Link hier, ähm, ersetze. Zack. Ja, wie du in WordPress, äh, Produkte verlinkst, sozusagen, das ist natürlich eine andere Sache, aber was hier jetzt noch fehlt, ist eine geile Überschrift. Äh, fünf, dein, kaufe den Local Funnel, werden wir mal ganz explizit, Kurs mit fünf Videos zum lokalen Marketing. Hier machen wir eine Überschrift draus. Und hier sind wir ja schon sehr explizit, um was es geht. Und hier ist ein Link zum Kurs. Und jetzt schaue ich mal, was ich noch alles offen habe. Ähm, ich mache mal die Sachen zu. Ich gehe wieder auf Produkte. Ich gehe auf Genehmigung beantragen. Ich habe einen Testkauf gemacht. Ich habe diese Dinge hier unten schon abgehakt gehabt. Ähm, falls vorhanden Garantierregelungen, ist klar beschrieben und stimme mit den Einstellungen unter Einstellungen überein. Ansonsten hat man halt immer, ähm, den Widerruf sozusagen. Also mein, ich habe einfach nur den gesetzlichen Widerruf. Und das, ähm, und das ist eben so ein Ding, das steht halt auf der Digistore-Seite. Und, ähm, es geht auch ohne, dass du das draufschreibst, wenn du eben diese Standard-Widerrufsache machst. Wenn du 30 Tage Geld-Zurück-Garantie machst, dann musst du die natürlich auch einstellen, damit Digistore das weiß. Das werden wir jetzt auch mal zusammen machen. Ähm, ich gehe also mal in einem anderen Tab hier drauf. Gehe auf Einstellungen und dann auf Rückgaberegelung. Und, äh, hier gehe ich jetzt auf diesen kleinen Link, den man schnell übersieht, 30 Tage Geld zurück. Ähm, wähle hier die Produkte, für die das gelten soll. Zum Beispiel nur das eine. Sage 30 Tage. Mahnverfahren erlaubt? Nein. Button für Rebilling kann man natürlich aber auch erlauben. Ähm, ja. Hier hatten wir noch ein paar Einstellungen. Die sind jetzt nicht so wichtig. Aber es ist halt super wichtig, dass das aktiv ist. Und, äh, dass ich eben hier die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie gebe. 30 Tage. Und, ähm, genau. Also Digistore informiert dann auch einen immer über diese Geld-Zurück-Garantie und so, wenn das jemand in Anspruch nimmt. Und man kann dann auch ein Veto einlegen, falls derjenige mal irgendwie, ne, wie auch immer. Wenn man zum Beispiel sagt, es ist eine Erfolgsgarantie. 14 Tage Widerruf hat derjenige immer, gesetzlich. Aber zum Beispiel, wenn man mehr einräumen will, muss man das natürlich exakt so schreiben. Und, ähm, das ist halt wichtig, dann hier auch drauf zu schreiben für Digistore, wie gesagt. Deswegen sagt das Digistore, du hast 30 Tage lang eine Geld-Zurück-Garantie ohne Grund, den du angeben musst. Schreib uns dafür einfach an Info oder an Tutorial. Ne, machen wir mal. Sieht besser aus. Info- und die Berater.de. Nicht das Digistore, das ist schon wieder ablehnt hier. Dann gehe ich auf Aktualisieren, hab meine Verkaufsseite. Und, ähm, jetzt ist halt wichtig, ja, dass die Domain hier oben fresh ist. Und, ähm, ich könnte das da unten noch ein bisschen kleiner machen, hier, diesen Text. Und vor allen Dingen mal einen Spacer noch dazwischen machen. Aber das ist jetzt natürlich alles sehr individuelle. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr individuell alles. Das hier vielleicht ein bisschen kleiner machen. Kleine H6 irgendwie. Gucken wir mal, wie das dann aussieht. Äh, genau. Ja, gut, das kann man jetzt nicht so genial lesen, aber es geht ja nicht um Design in diesem Video hier. Ich prüfe also noch einmal hier diesen Link. Ähm, funktioniert. Ich, äh, möchte auf jeden Fall auch noch den Impressums-Link prüfen, ob der funktioniert. Das ist mega wichtig. Ich gehe also hier wieder zurück. Ähm, und schaue, ob ich hier das Impressum erreiche. Lässt sich erreichen. Ich schaue nochmal, ob ich Datenschutz, die Datenschutzerklärung erreichen kann. Ich habe hier sozusagen die Seiten auf Passwort geprüft. Es gibt keine Verkaufslinks außerhalb von Digistore24. Das ist halt mega wichtig, dass die Leute das Produkt auch über Digistore kaufen und eben nicht über andere Anbieter, weil sonst ist es ja so, dass die Affiliates eventuell keine Provision bekommen. Das wäre unfair. Deswegen musst du das echt bestätigen, dass es eben, dass dieser exakte Kurs sozusagen nicht woanders gekauft werden kann. So, und, ähm, jetzt ist das Produkt und die Leistung verständlich beschrieben. Hier, das ist oft immer ein Thema, ähm, genau, dass derjenige versteht, was er kauft. Am besten ist natürlich echt ein Video auf deiner Landingpage. Und, ähm, dann muss man noch bestätigen, dass das Werbeangebot seriös ist und nicht gegen die Rechte Dritter verstößt. Okay. 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 Dann hake ich noch das mit der Rückgaberegelung ab, gehe auf OK und, ähm, jetzt ist auch die Genehmigung hier eingereicht. Und jetzt bin ich super gespannt, mache auf Pause und zeige dir dann, ob es geklappt hat. So, jetzt nach ein paar Minuten schon eigentlich wurde das Produkt hier genehmigt. Ähm, vor zwölf Minuten kam die E-Mail 13.49 Uhr. Wann habe ich es eingereicht? Gehen wir nochmal zurück. Äh, vor zwölf Minuten genehmigt. Ja, vor zwei Stunden. Das ist aufgerundet. Vor anderthalb Stunden habe ich es eingereicht, aber vor einer eigentlich. Also, 50 Minuten hat es gedauert. Am Wochenende dauert es definitiv bis Montag. Ähm, habe ich so die Experience gemacht. Ähm, wenn du das aber in der Woche einreichst vor 17 Uhr so, dann geht es, dauert es meist nur eine Stunde oder vor 16 Uhr oder mittags auf jeden Fall. Dann geht es am gleichen Tag normalerweise. Kann ich auch meine Hand für nicht ins Feuer legen. Aber, in der Woche geht es auf jeden Fall immer relativ fix. So, jetzt, wenn dir dieser Kurs hier gefallen hat, schau mal nach. Ich habe noch viel mehr Videos über Digistore auf, auf YouTube. Wenn du Werbung machen willst, dann schau mal nach. Jetzt Werbung hier in eigener Sache unter WebsitePiloten.de. Hier habe ich einen Online-Marketing-Rundumschlag. Den kannst du hier unter Kurse kaufen, erwerben. Ähm, ich habe auch einen SEO-Kurs, einen Google-Ads-Kurs. Ich finde, dass gerade Google-Ads für jeden super wichtig ist, der Produkte verkauft. Ähm, aber ja, gerade auch YouTube und so sind natürlich wichtige Quellen, wie man Traffic bekommt. Aber, wer Marketing-Budget hat, sollte definitiv mit Google-Ads anfangen. Ähm, aber auch Facebook ist eine Sache, aber mehr für Fortgeschrittene. In meinem Rundumschlag allerdings bekommst du, ähm, eine Übersicht über alles und wann, was das Richtige für dich ist. Also, das ist sozusagen mein Einsteiger-Kurs hier. Ähm, auch wenn du die Kurse hier nicht brauchst, und du sagst, du möchtest es erstmal mit YouTube-Videos und so probieren, ich freue mich natürlich, wenn du einschaltest, wenn du in meine Playlist gehst über Digistore24. Ich werde gleich mit Simon ein Video aufnehmen, wie wir unsere Online-Marketing-Seminare, also auch vor Ort-Seminare, bei Digistore einreichen und über Digistore hosten. Weil da können wir sozusagen Tickets generieren, wir können, ähm, E-Mail, das Ganze mit Klick-Tipp verbinden, können den Teilnehmern Erinnerungen zuschicken, all solche Dinge. Deswegen nehmen wir dafür Digistore, verkaufen es nicht mit WordPress, mit WooCommerce oder so, sondern wir wollen eben, äh, das komplette Programm nutzen, wir wollen, dass sich Leute für unser Affiliate-Programm anmelden können, all solche Dinge. Deswegen nehmen wir Digistore und wenn dir dieses Video hier gefallen hat, dann gib mir einen Daumen, äh, hoch und wenn du noch mehr hören willst, kostenlos, dann geh mal in den iTunes-Store oder zu Spotify, du findest dort zum Beispiel mein Performance, äh, Podcast, den findest du auch auf performance-podcast.de, das ist ein Podcast von mir, dann hab ich bald auch einen Google-Ads-Podcast, einfach mal Google-Ads-Podcast, Malte, bei Google eingeben, ähm, wenn der schon gelauncht ist, wenn du schaust, dann wirst du den finden und ich hab dem wenig Zeit, viel Effekt-Podcast für alle Unternehmer, die sich richtig motivieren lassen wollen, für mehr Marketing, die Tricks kennenlernen wollen, ich hab hier Interviews, zum Beispiel jetzt gerade mit dem Raidboxes-Gründer, dem Torben, gemacht und auch mit anderen Leuten werde ich hier noch Interviews aufnehmen, wenn du jemanden kennst, der hier vielleicht, äh, zu passt, dann schick ihm einfach mal diesen Podcast und sag, hey, schreib doch mal Malte, ob dein Interview vielleicht cool wäre, wenn derjenige was Interessantes zu erzählen hat oder du hast was Interessantes zu erzählen, dann schreib mir einfach über unsere Agentur dieberater.de. Hier sind wir natürlich auch für Hilfe für dich zur Stelle, falls du ein Angebot von uns haben willst, wir machen dir natürlich ein Angebot, wenn du Hilfe brauchst, ähm, und dann freuen wir uns auf eine Zusammenarbeit. hier ist wichtig, du kannst hier über diese Website oder du kannst uns auch anrufen, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du Interessen hast, äh, was du mit uns zusammen machen willst, wenn du Ideen für unseren Podcast hast, äh, dann kannst du dich natürlich bei uns melden über die E-Mail-Adresse hier oder über unsere Kontaktseite, kannst du uns auch schreiben, ganz einfach, und, ähm, ja, genau, wir lesen natürlich jede Nachricht hier, die wir hier bekommen, wir freuen uns mega auf deine Nachricht, und, ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, schön, dass du wieder dabei warst, bis dann, dein Malte. Ich glaube, Vielen Dank.